Kera El Sam, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Harald Haugrohr, künstlerische Leiter von Folkbaltica und ich würde euch alle sehr gerne herzlich einladen zum 11. Folkbaltica Festival mit deres fokus, mit deres Titel Nordsee, Ostsee. Der skal et lås om den 16. maj, besendt maj i hele regionen Sønderjylland Slesvig er der koncerter, foredrag, workshops, dans, festivalklub, 40 arrangementer er der. Vi begynder i Alsjøren Sønderborg den 6. maj med åbningskoncerten og vi slutter i Mariekirken i Flensborg den 10. maj. Velkommen.